Hallo und herzlich willkommen am 6. September zum Rathaus TV. Diesmal hauptsächlich mit Neuigkeiten aus dem Klima-Ausschuss von gestern Abend, aber auch der diversen Terminsachen. Die wichtigste sage ich mal schon jetzt und sofort. Das Freibad schließt am Montag den 8.9. und unser Hallenbad Störmede öffnet am 17.9., weil die Kollegen Bademeister, Bademeisterin erst noch alles winterfest machen müssen und das Hallenbad auch für den Betrieb erst wieder tiptop sauber und in Schuss bringen. Das dauert halt ein paar Tage. Also Montag Schließung 17.9. Wiedereröffnung. So, bevor ich aber jetzt zur Klima-Ausschusssitzung komme, muss ich wiederum einen Nachruf hier verkünden. Es ist wieder jemand gestorben und zwar ein Ehrennadelträger der Stadt Geseke. Und zwar Wilhelm Hanf ist im Alter von 84 Jahren leider verstorben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Parteifreunden auch von der FDP. Wilhelm Hanf saß ab der ersten Stunde im Stadtrat der neuen Stadt Geseke, also ab 1975 bis 1994. Wilhelm war zehn Jahre lang Vorsitzender vom Kultur- und Denkmalpflegeausschuss. Er war über Jahrzehnte im Gösselkirmeskomitee, das die Gösselkirmes mitorganisiert und war ganz besonderer Anhänger unseres partnerschaftlichen Austausches mit Frankreich, mit unserer Partnerstadt Los in Nordfrankreich, wo er auch über ein Vierteljahrhundert mitgefahren ist und auch immer eifrig Werbung gemacht hat. Auch da geht uns wieder ein bedeutender Geseke verloren. Mein Beileid der Familie. Damit komme ich dann zum Klima-Ausschuss. Da ging es hauptsächlich um das Thema kommunale Wärmeplanung. Ich hatte hier vor ein paar Monaten mal gesagt, das war der Rettungsanker in Berlin, um das Gebäudeenergiegesetz noch zu retten. Dabei sind die Kommunen aufgefordert, gesetzlich verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen, welche Perspektiven für die Zukunft es in ihren Städten gibt, wo man sinnvoll Nahwärme, Verwärmenetze baut, wo man sinnvoll Wärmepumpen installiert, wo saniert werden muss. Dieses Gutachten erstellt nicht nur für Geseke, aber auch für Geseke die Gelsenwasser AG aus Gelsenkirchen. Und da waren die beiden Projektleiter gestern da und haben wichtige Zwischenschritte vorgetragen. Der erste wichtige Zwischenstitt war die Bestandsanalyse. Das heißt, wo stehen wir als Geseke überhaupt mit unseren Gebäudebeständen insbesondere. Und man hat da mit elektronischer Hilfe natürlich alle Gebäude in der Stadt Geseke untersucht auf ihren Zustand, soweit man das kann, anhand von Kriterien wie Baujahr, vermuteten Zustand, aber auch Heiztechnik. Wir wissen ja, wo die Netze liegen, wo die Gasnetze liegen. Die Gaslieferanten haben Auskunft geben müssen, wer von uns Gas bezieht. Wo die Energienetzbetreiber wissen, dass eine Wärmepumpe betrieben wird, ist angegeben worden, wo eine Wärmepumpe dann ist. Und das ist alles in der Karte verzeichnet worden. Und wir haben den Bestand insoweit akademisch, sage ich mal, aus 30.000 Fuß Flughöhe erhoben. Ebenso akademisch und aus 30.000 Fuß Flughöhe ist dann eine Potenzialanalyse erstellt worden. Und zwar die Energiepotenziale, die wir in Geseke haben. Für Photovoltaik. Wo passen Flächenphotovoltaikanlagen hin? Wie viele Photovoltaikanlagen passen sinnvoll noch auf Dächer, die also eine bestimmte Neigung, eine bestimmte Ausrichtung haben? Das kann man dann mit Computer alles ganz gut hinkriegen. Wie viele Möglichkeiten haben wir für Solarthermie, also direkt mit der Sonne warmes Wasser zu erzeugen? Welche Möglichkeiten haben wir für Windenergie, für Biomasse, für Geothermie, für industrielle Abwässer? Und bis hin zum Abwasserwerk, wo wir aus dem Abwasser, unser aller Abwasserwärme gewinnen können, hat es da eine Reihe von Sachen gegeben. Und die sind alle in 30.000 Fuß Flughöhe analysiert worden. Der nächste große Schritt waren das Sanierungspotenzial. Das bezieht sich insbesondere auf die alten Gebäude, wo man dann im Stadtgebiet geguckt hat, wo stehen die ältesten Gebäude, wo stehen denkmalgeschützte Gebäude, wo stehen Gebäude, die schon als sie errichtet wurden, Energiestandards erfüllen müssen, die in den nächsten 20, 30 Jahren keine Renovierung mehr erforderlich machen. Auch das ist alles verkartet worden, also in der Karte gut zu sehen. Ja und dann, wo gibt es noch Möglichkeiten zur Wärmebedarfsreduktion oder zur Fernwärme? Auch alles in Karten nachgeguckt worden, auch aber alles mit akademischen 30.000 Fußblick. Was meine ich damit, wenn ich das jetzt immer sage? Beispielsweise gibt es viele Straßen in der Stadt Geseke, wo man jetzt kein Nahwärmenetz mehr installieren könnte. Es sei denn, man räumt alle anderen Leitungen von der Telekommunikations-Kupferleitung über die Glasfaserleitung, über die Stromleitung, die Gasleitung, die Abwasserleitung, die Frischwasserleitung aus dem Boden raus, sortiert die alle neu, um Platz zu schaffen für die Nahwärme- oder Fernwärmenetze. Und wir haben auch viele Straßen, die sind heute schon voll, wo wir jetzt schon nicht mehr durchbauen können mit Tiefbau, mit neuen Kabeln, weil einfach kein Platz ist und es bezahlt halt keiner die Neusortierung dieser Anlagen. Ebenso zweiter Grund, und dann will ich aber auch aufhören, ihr habt gerade eine neue Heizung in eurem Mehrfamilienhaus in der Kernstadt installiert und dann wird ein Nahwärmenetz angeboten. Dann werdet ihr natürlich sagen, ich habe jetzt gerade mehrere 10.000 Euro in so eine Heizung gesteckt, jetzt werde ich die nicht morgen rausreißen und mich an so ein Wärmenetz anschließen. Bitte in 25 Jahren, wenn die Heizung kaputt ist, gerne. So, das heißt aber im Zweifel, der letzte Kunde kommt erst nach 25 Jahren drauf und die Kundenzahl wächst langsam an. Das ist für die Amortisation dieser Netze natürlich tödlich. Eigentlich müssten am Morgen nach der Installation alle Bürger dran. Von sowas ist komplett abstrahiert worden. So, das soll es aber auch gewesen sein. Es geht im Moment nur um wichtige Zwischenschritte. Sobald das gesamte Gutachten fertig ist, ist besprochen, dass der Projektleiter der Gelsenwasser hier ins Rathaus TV kommt und uns die Ergebnisse einmal vorstellt. Ja, damit komme ich dann zu den Terminpunkten. Zwei Preise, auf die ihr euch noch bewerben könnt. Bis zum 15.09., also nicht mehr allzu lange, knapp noch 10 Tage, kann man sich noch für den Klimaschutzpreis bewerben, den wir zusammen mit E.ON ausloben. Da gibt es bis zu 2.500 Euro zu gewinnen und wir loben mit Geld des Landes Nordrhein-Westfalen, mit Hilfe des Heimatministeriums, den Heimatpreis Geseke aus. Der ist mit 5.000 Euro dotiert. Da endet die Bewerbungsfrist am 30.09. Die Details für beide Preise haben wir euch unten verlinkt. Ja, da möchte ich noch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Nummer eins gibt es eine Qualifikation 55 plus, organisiert und durchgeführt von der Bürgerstiftung Hellwig Region, in Kooperation mit der Stadt Geseke und in Kooperation mit unserem Seniorenbeirat. Was ist das? Euer Berufsleben neigt sich gerade dem Ende oder ihr seid schon in Pension, im Ruhestand und bezieht Rente. Möchtet aber nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, sondern euch noch gesellschaftlich im Verein irgendwo engagieren. Dann bietet euch diese Qualifikation die Möglichkeit, alle Chancen, alle Risiken, die es da gibt, aber auch was man an Persönlichkeitsentwicklung vielleicht noch vor sich haben könnte, dort aufzuarbeiten. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, wie es unter mir in der Beschreibung verlinkt ist. Da findet ihr auch die Ansprechpartner, wenn ihr mehr Details wissen wollt. Ja, und dann möchte ich noch aufmerksam machen auf eine Ausstellung, die morgen eröffnet. Im Kulturfenster am Hellwig, direkt gegenüber vom Hellwig-Museum vom 7. September an, also bis zum 21. September, gibt es von Darren Anstead, einem Künstler mit verschiedensten Hintergründen. Er ist Australier mit irischem Hintergrund, war Professor an der Kunsthochschule in Australien, ist jetzt in Geseke, der Liebe wegen, und ist ein wirklich großartiger Künstler. Der wird seine Ausstellung im Kulturfenster am Samstag um 17 Uhr eröffnen lassen. Herzlichen Dank, ich darf das machen. Auch das zeigen wir euch gerade nochmal, da stehen nochmal alle Details drauf. Es lohnt sich sicherlich, die Ausstellung sich zu begucken. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, bleibt da wie immer bitte gesund. Tschüss!